Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SMITE. Ich bin Mr.Kata für euer Let's Play, das kann ich nicht hin. Ich spiele Mulan und dabei ist mal Emi. Hallöchen, ich spiele Skradi. Genau. Und, äh, Traffi. Bonjour. Wen spielst du denn, Traffi? Ich spiele... Nicht mit... B-Nubus. Was? B-Beowulf? B-Nubus. B-Nubus? A-Nubus. Ich muss ja Tank spielen, hab ich gesagt. Naja, wir haben ja auch einen Heimdall, der auch Jäger ist. Ja, dann musst du ein bisschen tankig machen, ja. Was haben die da drüben? Viel Physikel. Ich fang mal mit was Physikel an. So. Guck mal, so nett bin ich. Ich kaufe was für uns. Fürs Team. Ja, wenn sie dir zu nahe kommen, lege ich eine Eisfalle drunter. Wenn sie mir zu nahe treten? Ja. Ich kann mich auch... Ich kann mich auch... Geht das auch, wenn ich mich an sie ranwerfe? Wenn ich mich an ihren Hals werfe mit meinem Schwert und... Bestimmt. Naja, die rutschen von meiner Fläche ab, aber ja, so müsste das gehen. So ist der Plan. Boah. Oh, ist das laut. Was ist hier so laut? Bei mir ist es super leise. Was? Du hast laut. Okay, es ist aber noch... Man muss aber sagen, es ist meines Early Access, da dürfen solche Fähren noch passieren. Ist das so ein Wukon, ne? Ja, oder sowas. Au. Ja, das... Ach ja, Ali, I hear. I hear the problem. Ich krieg das nicht leiser. Ich auch nicht, es geht nicht. Ich hab's probiert. Vor der Woche schon. Du kannst doch nicht muten. Nee. Ah, ist ja angenehm. Mach das jetzt aus hier, du nervst. Kommt mal jemand helfen? Ich helfe. Danke, ich renne. Oh, ich schwebe. Ich bin nicht getroffen. Der hat einfach... Der hat einfach die ganze Zeit mit dem Emote gearbeitet, ne? Was, was sterbt der denn? Nee, der hat... Na, mich haben sie getötet. Okay. Schon sehr gut. Na, mich haben sie getötet. Nee, das ist eh nur von seinen Attacken, würde ich sagen. Glaube ich. Nee, der hat... Das liegt am Still. Als er eigentlich gerufen hat, hat er aufgehört. Ja, genau. Ich hab den gemuted über Tab und dann höre ich jetzt nix mehr. Echt? Kann auch sein, dass er aufgehört hat, aber... Ja, deswegen. Er hat... Genau, er hat... Das war ein Emote, den hat er die ganze Zeit gespannt. Deswegen bin ich ja rangerannt, damit er mal die Gusche hält. Ne, 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 ne. Oh Gott. Ich bin runtergefallen. Ich bin zu steb. Nein, ich bin... Ich hab daneben geschafft. Boah, ich hab keine Klorolle, also ich hab... Oh Gott. Die machen einen beim Messer. Wer macht denn da so ein Messer? Alle! Der Heimdall-Kristall liegt ja auch... Ähm. Äh, das lief gut. Nicht? Ach, das ist nur der erste Anfang. Das ist... Das ist nur der erste Anfang. Der erste Anfang. Der zweite Anfang kommt jetzt gleich. Holla, die Waldfee. Ah! Ich bin so nah gewesen. Wieso ist das nicht mal Tower Range gewesen? Das macht aber wenig Sinn. Spiel. Das ist halt noch Early Access. Wieso hat Heimdall jetzt den Buff genommen? Keine Ahnung, ich hab auch grad... Hä? Einmal mit Profis, ey. Ich hab vergessen, einen zu kaufen. Au, einmal mit Profis. Immer diese Hindernisse. Was macht der Heimdall mit Sinn? Das ist das Gegenteil von Hinternis. Ärgerlich. Was? Das Gegenteil ist von Lob. Ich hab daneben geschossen. Hä? Versteh ich nicht. Jetzt auch nicht, wirklich. Ich wollte... Hinternis ist was Schlechtes. Ich komm nicht ran, die sind immer so weit weg, alle. Sehr gut, Raffi. Sehr gut, Raffi. Sehr gut, Kata, du lebst noch. Ja, ja, ich bin unbesiegbar. Noch. Warte mal, wann haben die denn sechs Kills gemacht? Die haben jeden von uns für ein bisschen einmal getötet. Nein, das stimmt gar nicht. Okay, unser Anubis ist, äh, unbesiegbar. Okay, gut, ja. Aber ich treff nix. Okay. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie die, äh, Freya ein bisschen stänkern. Die hat schon wieder Oberhand. Ja. Oberwasser? Auch. Oh, ich hab' ich gemobbt. Ich hab' ich gemobbt. Oh, Apollo in der Luft. Er, 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 er wird hier entweder gleich, äh, ne, der. Ne. Der hat einfach nur, es war nur eine Escape-Ult. Schisser. Ich möchte dich nicht. Ah, ich hab' dich nicht getroffen. Oh, da drüben ist Heido. Hey. Sehr gut. Ja, ich mach halt noch kein Damage. Vielleicht auch nicht. Das ist ein Klon, ne? Ich denke, ja. Oh mein Gott, vier von fünf Autotecks. Ich hab' mich getroffen. Nein. Lass mich. Ich will nicht. Ich trüte es. Schüte es mit dem Feuer der Hölle. Ist das unser? Ist unser. Oh nein, überlebt. Oh, geil. Die ist, ah, pfff. Was aber auch. Ich war gestunt. Dann bin ich runtergefallen. Dann bin ich hochgehoben worden. Oder andersrum. Und was immer war ich. Ich hab' hinter dir gestanden und alles gesehen. Es war auf jeden Fall eine Reise der Achterbahnfahrt. Was? Genau das ist es. Du hast halt heute so verwirrt, da konnte ich mich auch mehr dodgen. Heck. Meine. Es ist halt nur so. Es war eine Reise der Achterbahnfahrt. So wird die Folge geheißen. So. Weil ich überlebe. Kann ich nicht. Will ich nicht. Wieso ist der schon wieder hochgeheilt? Guck dir das mal an. Ja, weil der ist gut. Verteidigt ihr, ne? Wer hat... Wer hat... Ach so, das ist dein Hund? Ich hab grad versucht, den Hund zu töten. Das ist Tobi in Ruhe. Das ist übrigens das zweite Mal, dass ich Tobi angreife. Ich hab ihn schon mal angegriffen, weil ich dachte, der ist ein Feind. Wenn du nicht nett bist, ist er gleich ein Feind. Hör auf dir. Ja, ich merk das. Ich merk das. Weiß nicht, wen davon ich am ehesten... Kannst du bitte ganze Sätze von dir geben? Schon wieder! Langeweile. Ne, 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 ne. Bleib mal hier. Er ultet. Er ultet. Ich hab die Ult, ich hab die Ult, ähm, können den Ultcast nicht gesehen. Da ist er. Da ist er, er. Oh! Wie overextend. Das fand ich nötig, Mann. Ach, er stirbt, er will, das sag ich euch. Wer stirbt? Ich? Ja. Ne, der Naja, weil er jetzt geultet hat. Ulti! Sehr schön. Nippa da! Hallöchen, junger Mann! Willkommen! Sehr schön, sehr schön. Super Traffi, klasse! Super Traffi ist die Evolutionsstufe von Traffi. Traffi digitiert zu... Digitiert? Na ja. Die Pokémon heißen noch nie mit Super. Und Digimon hießen doch immer irgendwie Megamon oder Ultra... Aber es gibt ja Mega-Pokémon. Was? Mega-Evolution. Seit wann gibt's Mega-Evolution? Ja, es gibt doch schon Ewigkeit. Ja, es gibt doch die Z-Evolution und Entwicklung. Das hab ich alles nie mitbekommen. Ach, tot. Wer ist gestorben? Warum? Ja, das gibt's doch schon seit 2014 oder so. Skadi, warum? Weil ich angegriffen wurde. Das ist jetzt immer noch keine Begründung. Ich frage, warum? Frage für einen Freund. Bleibst du hier? Ich hab nie an den Rücken schießen müssen. Ich dachte, müssen die Freya weghauen, aber nee. Oh, wer ist er denn hier? Kommt und tötet. Ich weiß nicht, woher er kommt. Wer ist das? Wieso bin ich in der Luft? Ja, wink... Was passiert hier? Wieso treff ich denn nie ne Klorolle? Sag mal. Mal. Bleib hier. Ach, Jungs. Schön. Ich bin verwirrt von diesem Spiel. Ich bin auf dem Weg. Sehr gut. ULT, ULT, ULT! ULT, ULT, ULT! Was macht ihr da? Ich weiß es noch nicht. Schwimmen. ATA! Sterben. ATA FIE! Das war alles nicht so gewollt. Es war alles falsch, was ich getan habe. Äh, äh, Traffi? Ich kann nichts machen. Ich bin doch egal, aber... Ich hab alles auf cooldown. Ich bin doch egal, aber... Ich hab alles auf cooldown. Ich bin doch egal, aber... Oh, du hat zix. Oh, kacke. Oh! Go on, Hubis. Go on, Hubis. Gut sein, Hubis. Was? Traffi, du. Lappen. Erst lässt sie Traffi in den Stich und dann mich, wisst ihr? Ja, das ist echt nicht schön. Und er hat einfach 800 Powershots getankt. Ja, siehst du, so bin ich. Und wo warst du? Ja. Nur für dich hab ich die getankt. Ich war nicht mal ansatzweise in Tower Arrange. Und das ist jetzt mein Problem? Ja. Ich habe mich für dich geopfert. Du bist gestorbt. 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 Für dich? Für dich bin ich gestorbt. Oh. Und jetzt staubst du. Wartet, ich bin noch nicht da. Ich will zugucken. Da, der andere, der andere. Der andere, da. Die leben alle. Sterbt alle. Ich brauch Cooldown. Wieso ist, wann ist, wann ist der gestorben? Und wieso lebe ich nicht noch? Oh Gott, ich hab die Klappe. Bin da. Sehr gut. Lauft. Hüpft. Springt. Katafi, mach dich da weg. Oh Gott, ja, ist doch gut. Alles, alles in Ordnung. Du kriegst da vorne auch Minionschaden. Ich krieg keinen Minionschaden. Minionschaden gibt's nicht. Minionschaden ist eine Illusion. So. Wir sind alle low. Ich kann gut tritten mittlerweile, aber... Komm nicht ran. Und ich treffe nicht. Ich hab einen getötet. Ah, Moment. Hab ich einen getötet? Ich habe getötet. Du tötest wo? Ich sehe noch nichts. Ich hab... Also, das war jetzt... Also, die Ankündigung. Habt ihr das gesehen? Der hat sich einfach davor gestellt, damit der andere nicht noch... Ja, das war ziemlich schlau, würde ich sagen. Die arbeiten zusammen, oder? Ich? Alle keine Gilde, okay. Die Gilden werden nicht mehr angezeigt. Ach so, okay. Wie du vielleicht auch bei uns siehst. Ja. Nee, aber ich bin zum Beispiel aus meiner Gilde zufällig rausgeflogen. Vor drei Wochen oder so. Okay, aber jetzt warum? Bin ich noch in meiner Gilde? Gibt es vielleicht gar keine Gilden mehr? Ist es mal dermaßen tot, dass sie die Gilden abgeschafft haben, weil es einfach nur noch irgendwie... Alles nur noch Leichen waren und das zu viel Datenspeicher brauchte? Die Gilden-Text zu merken? Nee. Nee. Hier sind schon wieder alle full life. Sie waren gerade auf zwei Leben runter, oder? Ja, die lügen alle. Ja, das Ding ist, dass der Sun Wukong hat einen Storm of Gaia und der Erlang Chen hat einen Sovereignty. Das heißt, wir müssten eigentlich mal, Leute, wir müssten Anti-Heal kaufen. Vor allen Dingen so Magicals, die mit Abilities kämpfen. Na, ich versuche ja die ganze Zeit auf die Stoffis zu gehen. Nee, das sehe ich gar nicht ein, dass ich dafür einen Item-Slot verwenden soll. Wieso? Das gibt dir auch Lebens drauf, du Held? Nee, tut's nicht. Penetration. Ach so. Ja, Penetration, Paulino. Net, ne? Ja! Oh, Maimi, das lernst du noch. Das ist alles neu in diesem Spiel. Sehr gut, Raffi. Ich hab das noch nie verstanden. Achtung, Dings ist in der Luft! Ja, ich weiß. Gut. Komm doch, komm doch. Na, komm runter, du! Trau dich, trau dich! Da ist er. Batsch! Sehr gut, der hat keinen Stich gesehen. Pass auf, der hat den weggeschubst, der kommt gleich wieder hier. Wer kommt wo wieder? Sehr gut, Trau dich, super gesehen. Ich hab's nicht gesehen, also passiert das nicht. Unser Heimdall hat den anderen rüber, äh, durch die Gegend geschmissen und Trau dich hat gesehen, dass der andere da landet und hat da ein... Ich geh mal rein. ...seine Hände in den... Janus! Ich hab mich getroffen, den Janus. Kannst du auch nicht. Wieso kann ich den Janus nicht treffen? Na, los, mach, ich hab den Scherb-Tower, ich hab Power. Blöö. Ich hab Tower, ich hab Tower. Schüsse, was war das denn? Leute, wir gebiedet hat. Sehr gut. Wir gebiedet hat. Gebiedet, 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 gebiedet. Komm, traut euch, traut euch ran. Ich hab ne Arachne-Ult für euch. Ich nicht. Komm, komm, komm. Nee, du, dich möchte ich nicht, du bist böse. Ich möchte eigentlich den Janus. Oh, ist der Janus oder der Apollo? Die anderen beiden sind... Oh, wir gehen zurück offensichtlich. Okay. Die Freya muss weg. Die Freya muss weg. Die sind noch nicht da. Ich lege, ich lege, ne? Da ist sie. Was willst du denn? Ja. Angarde. Angarde. Er hat seine Ult aktiviert. Wenn er reinkommen... Nee, ich aktiviere... Ult. Heiluk. Raus von mir. Ich hab getötet. Mama, hol die Kamera. Sehr gut. Alter. Was ist hier los? Ich bin im Loch. Nein, er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Er ist gut. Ui. One-Fee-One-Me, Dude. One-Fee-One-Me, Dude. Gehen wir ran? Offensichtlich. Ich hab nur meinen Hund dran geschubst. Ich wäre nicht dran gegangen, aber... Ah, ist okay. Ich bin dran. Macht ihr... Oh mein Gott, bin ich schlecht. Oh Gott. Mach nichts. Nein! Aua! Geh weg! Lass mich! Tötet! Wir haben Minions. Ja. Kommt zu mir, Papa! Sehr gut! Komm schon! Oh nein! Haut er einfach ab! So ein gemeiner Bub. Ja, das ist echt unerzogen. Sag mal unerzogen bei euch. Ich kenne das als ungezogen. Auch. Beides. Alles parallel. Achtung, da kommt ein Stier. Weg ist er! Mit seinem Stier auch. Was ist passiert? Was ist passiert? Was passiert? Weg! Zurück! Okay. Ja, da kommt ein Apollo. Auch. Apollo ist in der Luft. Ich bin tot. Der hat mich... Was? Lass mich doch in Ruhe, du Lappen. Ich will die Freya haben. Umdrehen, Freya! Umdrehen, Freya! Umdrehen, Freya! Freya muss weg! Oder der. Sehr gut. Weg ist okay. Ist okay. Viel Schaden ist gut. Oh! Naja legt los. Naja ist tot. Kassi, was wurschtest du? Kassi, was wurschtest du? Ich hab meine Ult schon komplett auf den Sun Bukong gehauen. Umdrehen, Freya! Umdrehen, Freya! Ich weiß, ich hab zwischen den Sun Bukong und die Freya gescheelt. Gescheelt. Ich nehme mal das beste Item der Welt. Lauf! Fuck ja. Was Miami empfohlen hat, weil das ist ihrer Meinung nach... Oh, ein Blink-Anubis. Sehr gut. Sehr schön. Und zwar Ancel. Das ist ja das beste Item der Welt, hab ich gehört. Das hat doch Traffi erzählt. Ich hab's nur gefunden. Tja. Guck dir das Video doch mal an. Oh, da hinten ist ja ein Ding. Was ist denn dein Ding? Was ist denn dein Ding? Was ist denn dein Heimdall? Was? Der hat sein Portal noch auf das Ding gehabt. Interessant, aber das kann ja nur er nehmen. Aber da ist ja jetzt so, dass es eine bescheidene Position, wo er sich teleportiert hat. Anubis, pass bloß auf. Junger Padawan, pass bloß auf. Bodyblocker. Also nicht dich, sondern die Gegner. Ich hab auch wieder U-L-D. Ich hab keine Klo-Wolle mehr. Ich mach so viel Schaden, aber ich treff... Ich brauch die Minions, ich brauch die Minions. Okay, danke. Ja, ist doch gut. Nein, nicht getroffen! Was ist das für ein Kotorsbär? Ich bin ja gar nicht gewohnt. Okay, Punkt. Komm her. Oh, da ultet sie weg. Oh, Immun! Ich fass es nicht! Egal! Nein, nicht getroffen. Sehr gut. Alter, was... Hilfe! Hilfe! Nee! Er kommt zurück, er kommt zurück! Sehr schön, sehr schön! Sehr... Alter! Ich bin... Was ist das denn gewesen? Das war ein richtig krasses Comeback. Vielen Dank fürs Zuschauen! 25, 25 Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen! Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke! Kack��! Sollte! Okay! Untertitelung des ZDF, 2020